Servus liebe Leute und willkommen zu einem weiteren oder einem neuen Teil von Let's Platin Transformers the Dark Spark. Also ganz klar, das Spiel werde ich, manche kennen mich ja schon natürlich auch auf Platin-Bomben, ja, das ist hier mein Let's Platin-Durchgang und nicht Let's Play, weil das wäre ein bisschen zu wenig. Ich werde natürlich ganz klar hier mit dem Spiel anfangen mit der Kampagne, dass ich erst mal die Steuerung etc. pipapo kennenlerne, wobei ich natürlich auf der PS3 den Vorgänger gespielt hatte. Also nehme ich mal an, dass es identisch ist hier. Ja, aber egal, danach natürlich die Eskalation und danach ist das Ding Platin. Also die beiden Sachen hier, logischerweise müssen wir durchspielen. Und genau, Transformers the Dark Spark mache ich natürlich jetzt auch noch hier, bevor der neue Teil rauskommt, weil ich bei Eskalation natürlich auch noch ein paar Online-Spieler brauche. Ja gut, theoretisch eigentlich nein, aber ist natürlich bei ein oder zwei Trophys von Vorteil, wenn ich da hier mit Online-Leuten zusammenspiele, anstatt hier einfach nur Solo, was natürlich auch gehen würde. Aber ist natürlich dann einfacher, wenn man da einen zweiten hat. So, auf jeden Fall fangen wir mal an, würde ich meinen, mit der Kampagne. Ah, das Gesperrte habe ich schon gewundert. Ja, wie viel gibt es denn hier eigentlich? Das sind 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mal hoch. Ah, hätte ich auch gleich nach links gehen können. 14, okay. Optimus Prime. Nice. Ziel ist kryptisch, kann man noch gar nicht lesen. Okay. Ja, 14 Kapitel gibt es. Ja, mit Rift fängt das Ganze hier an. Klingensprint normal. Schilder 0 von 6. Genau, die muss man nämlich schildern. Audio Logs. Schilder. Äh. Gut. Also Schilder, keine Ahnung, ob das hier nochmal zusätzliche Trophy ist. Äh. Ja. Aber ich würde meinen, hauen wir einfach mal an hier mit dem Kapitel 1 von Transformers The Dark Spark. So, Schwierigkeit, Moment. Ah. Schwer, leicht. Ja. Ist natürlich hier Schwierigkeitstrophy. Ähm. Gibt es das hier oder gibt es das hier nicht? Das ist jetzt die gute Frage. Äh. Ja, das ist jetzt echt gut. Gibt es das hier, gibt es das hier, gibt es das hier? Hm. Ich mache mal einen ganz kleinen Prinziparen Break rein. Ich bin sofort wieder da. Ja. Und da bin ich jetzt auch schon wieder zurück. Sag ich doch, ihr merkt es nicht. Ähm. Genau. Ähm. Schwierigkeitscharotrophys gibt es natürlich nicht. Das heißt, das ganze Ding kann man natürlich auch leicht durchspielen. Was natürlich dann schon mal von Vorteil ist, weil, na, ist halt leicht. So. Hauen wir das Ding an. Schauen wir mal, was passiert. Äh. Ja. Mit Drift. Den hatte ich. Gab es den damals bei dem Vorgänger? Weiß ich. Ich glaube nicht. Nee. Nee. Gab es eh nur drei oder vier verschiedene oder irgendwie sowas. Also viele gab es da eh nicht. Hab ich da Drift? Nee. Nee. Jo. Auf jeden Fall lädt das schon mal gewaltig lange. Hm. Scheint ja eine Riesenmission zu sein, oder sowas. Na komm. Hallo? Ich würde heute doch gerade loslegen. Ah. Ich bin. Wir setzen uns auf dem Impact-Port. Lockdown, Sir! Was war das? Es ist das Vergangenheit. Komm her! Der gute alte Lockdown. Optimus! Was ist diese Insanität? Was ist das Sinn dieser Attack? Das ist nicht wahr, aber wir haben eine hohe Versuchung. Du musst hurry! Nicht ein Problem. Und Brecht, du musst zusätzliche Feuer-Puhr. Danke. Äh, okay. Vorbei geht hier noch nicht, also es ist gleiche Steuerung, so wie es aussieht. Aber auf jeden Fall kurzbündiges Intro. Äh, ja. Also sieht eigentlich so an sich gar nicht mal so schlecht aus hier, ne? Es ist ein Problem. Suche kruden Weapons sind plentifull, es scheint. Geh den Weapons-Locker ab! Ja, wir sind bereits hinter der Zeit für die Runde. Das R1 wirklich entspringt. Loll! Das ist ja geil! Hehehe! Was ist das? Geht das irgendwie einsammeln? Hm. Na, machen wir halt was soll das hier wirklich jetzt dann. Viereck. Okay. Ausrüstung Drift. Äh. Primär. Aber was anderes kann ich hier halt eh nicht machen. Primärwaffe zuweisen. So, Retroblast ist gesperrt. Stummkanone auch. Nukleonengewehr. Aha. Tollschauce-Gewehr. Gut. Das sind auch die ganzen Freischaltungen, die ich freischalten muss für eine andere Trophy. Das Gute ist natürlich, dass in der Kampagne wie auch Eskalationsmodus die beide zusammenlaufen. Also sprich, die ganze Herausforderung, die ich jetzt teils auch in der Kampagne freischalten werde, könnte ich theoretisch auch nur im Eskalationsmodus machen. Gibt aber schlussendlich, glaube ich, wenn die Kampagne eh durchmachen muss, keinen Sinn. Also deswegen empfehle ich euch auch, hier ausweite die Kampagne durchzuballern und dann den Rest halt bei Eskalation zu machen. So, was haben wir jetzt hier? Automatisches Gewehr. Und dadurch schlagen wir jetzt in die Drohnen. Bla bla bla. 600 Schuss pro Minute. Blick gut. Nehmen wir die. So, was anderes kann man eh nicht machen. Das war's, ne? Was anderes kann man... Ne. Geht nix mehr. Ich will das nicht, Optimus. Ich versuche Schäden, um einen mehr honorerlichen Weg zu gehen. Ich weiß, dass du jetzt die Kampagne würdest. Aber die Kampagne der Situation braucht mehr überwaltende Wehmerien. So gut. Such nach der Ursache der Zerstörung. Ich versuche, um weiter zu gehen. Mein Pass ist immer nur hinter mir. Ach, lol. Okay. Ne. Da ist mir hier das Sorum lieber. Das ist aber auch nicht schlecht hier, ne? Dass wir das aussuchen können. Ach, guck mal. Hier ein Schild. Ah. Sechs Propagandaschilder. Guck dir das mal an hier. Das ist mit Schildern gemeint. Auch nicht schlecht. Gut. Dann machen wir jetzt das. Gibt es hier sonst irgendwo nicht? Au. Au. Hä? Wo ist denn das? Hm. Gut. Schilder haben wir jetzt auch. Was ist das? Was ist das? Gut. Aha. Aha. Aha, aha, aha. Hm. Jo. Wow. Alter Verräter. Okay. Ah, okay, alles klar. Älter eben, um die Mode zu wechseln. Ah, jetzt geht's. Geil. Guck dir mal die Radstellungen hier an. Wie geil ist das denn? Ja, so könntest du natürlich hier in jede kleinste Parklücke hier ratzwart einparken hier, ne? Tch. Na ja, das Grafikmodell von dem Auto ist jetzt hier nicht wirklich hoch, ne? Sag ich jetzt mal. Hä. Hm. hmmm Össe? Da gab es eine Volkarte für Uppela, ne hmmm Ja, machen wir jetzt einfach mal alle fertig, ja Ach, jetzt habe ich den Klingentons da wieder Das störe vier Treibstofftanker Aha, aha, aha Ei, ei, ei Our foes are not Decepticons Ah, who are they? They seem to be Cybertronian Mercenaries If they are here, Lockdown Is likely behind this attack Mercenaries? A profession without armor What profit is there in attacking the humans? I do not know Ach, komm nicht hoch Schade Gut Das wohl auch nicht Na ja, machen wir einfach mal weiter Hm, hm, hm Aber schlecht ist ja eigentlich eh nicht Guck mal, wie klein die sind Huch So, wenn die D.A. kommt hier Ich siege so und so, wie wir gegen eine Klinge angriffen Na, dann machen wir das doch mal Cool, 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 hm Cool, 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 hm Das war doch gar nichts Ha Gut tüpfen Komisch Du, 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 du Huch Ob du da mehrere machen kannst? Keine Ahnung Auf jeden Fall trüge ich ja irgendwas falsch Ah Die müssten direkt in der Reihe stehen Oder direkt nebeneinander Alles klar Cool, cool, cool Flup 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 Hehehe Der Drift Ne U-Baden schieben Hehehe Ok Ok Also deutschsprachsprachüber geht's so weit aber hier gibt's ja nicht, ne? Nur halt diese deutschen Untertitel Hier gibt's viele mercenärische Stationen außerhalb der Subway Station Danke für die Warnung Es sieht aus, wie sie benutzen Let's fly Und ich werde ihre Zahlen reduzieren bevor ich euch zu erreichen Hä? Sowas gibt's jetzt hier? Können wir jetzt irgendwas anderes machen? Ne, ne? Nö Alles klar Aha Dann bringt das nichts Was? Besser die Gegner im Bereich Alles klar Gut Ne Ja, eins Wir kriegen ein Sprint So Alles klar Au Hä Viel aushalten tun die aber nicht, ne? Ja gut, ist auch leicht Was ist denn das hier? Hm War ja nicht noch einer? Doch, da Und tschüss Schubelaufstieg Nice Genau Eis-Ausrüstungskiste So, in den Dingern kann natürlich jedes Mal dementsprechend irgendwas drin sein Und Ähm Dazu kommt dann noch, ich brauche Schubel 25 Das ist das höchste hier Ich bin immer wieder schon wie So Wie kommen denn jetzt die Gegner her? Mei, 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 mei Wat? Aha Also das Ding ist echt gut Guck mal, der ist ja auch gerade eben da oben gesehen Besiege jetzt unsere Gegner mit Raketensprint Also das Ding, ja Gott Gott So Hä? Hm Ach, guck mal eine hier 3 von 6 Sehr schön Hä? Warst du schon mit den Geidern hier oder wat? Hm Wohl das war ja Lockdowns forces are headed for the crater We see them, we are nearly at your position Wie klingst du nach Blut? Und du wirst nicht mit den Geidern hier jetzt hier aus. Na, sehr schön. Alles klar. Na? Oh Gott, vermisse ich jetzt hier. Ah, jetzt komm wieder rein. Okay, hat sich erledigt. Ach, guck mal. 4 und 6. Mit Optimus Prime. Also irgendwie, naja. Der sah aber bei dem anderen Teil besser aus. So. Aha. Aha. We must not be his target. Autobots roll out. Hä? Nu denn? Ach, da unten. Boop, 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 boop. Huch. Da, der LKW. Hä? 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 So. Der Bumblebee. Der Bumblebee. Das hier ist ein bisschen doof positioniert hier, ne? Das siehst du beim Vorgänger hier nicht so. Ja. Ja. Das alles wie schön doch. Nice. Level 2. Eisenbrose. Aha, aha, aha. Ja, aber ich wollte ja, wenn ich die hier ansetzen kann, oder öffnen kann, wie auch immer. Diese Ausrüstungskisten. Lol. Och. Dieses Laden mitten drin, ne? Ja. In der Mitte. Es sieht Cybertronian. By the Allspark. Es kann nicht sein. Was? Ist das die Matrix der Liederschaft? Ja, Drift. Und es hat mir gezeigt, dass es die schmerzliche Natur dieser Fallen Relic ist. Autobots, Lockdown ist nicht hier für uns. Sie suchen, um die Darkspark zu erhalten. Wir müssen es nicht in seinen Händen fallen lassen. Was ist dieser schmerzliche Spark? Eine Waffe? Etwas viel schlimmer. Gut, deswegen heißt es geben wir auch den Schmerzspark. So, was müssen wir jetzt machen hier? Überlebe. Aha. Leider dann, überlebe halt mal. Wir sind weg! Wir sind weg! Ah. Bäm! Die Verschrottekilfte war damals schon einfach nur immer Nice Nee Witzig Ach da Na dann Legen wir das einmal Genau wie wir das macht Das ist nicht ein Wir haben Es ist unglaublich gefährlich Du bist medlein mit Du kannst du nicht verstehen Mach das richtig Und einfach Genau. Ja, hört man ja, ne? Null? Oh Optimus, kannst du nicht sehen? Ich habe bereits gewonnen. Du wirst noch nicht wissen. Null? Coward, komm zurück! Ich dachte, dieser Tag würde nie kommen. Was ist passiert Optimus? Du hast nur eine schwarze Legend gesehen. Willkommen zu Leben. Okay? Ja, und das hat doch zufälligeres mit Lockdown, ne? Der ist ja eh nicht gerade ohne. Der Typie. Sure. Wieder mal das? Hm. Also ich nehme mal an, das Kapitel ist rum, ne? Schätze ich. Oder nicht? Ja boah. Boah, das dauert. Die Matrix der Liederschaft, von Primus selbst, gerät der Behrer die Wissen der Primes. Mhm. Ach, das war jetzt so, dass ich nur die Prologie anfing sein. Nein. Hm. Gut. Das war definitiv das Mal. Ja. Das war definitiv das Mal. Gut. Das war definitiv der Prolog. Hä? 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 Geh dich. Meine Konklusion ist noch nicht geformt, aber alle Daten führt uns hier. Ah, ja. Ever the scientist, wie du damals warst. Konversation irrelevant. Thank you, Imolent. Das war das Mal. We agree, Soundwave. Ah, ja. Okay, alles klar. Kapitel 2. Ja, cool. Da gehe ich jetzt aber gerade erst mal hier... Ach, guck mal hier. Ausrüstungskisten. Genau, das wollte ich ja gerade mal gucken. Bronze Ausrüstungskiste. Kiste öffnen. Eisenhammer 2. Bronze 2. Ah, gut. Mal mal das hier. Gucken. Was das ist? Ironhide. Okay. Nächstes Objekt. Scattershot. Hardshell. Und was? Unterschalllader. Kurzstrecken. MP. Mit übertaktem Renova-Rückstoß. Aha, aha. Link-Cluster-Granaten. Okay. Cool. Da haben wir ja schon jede Menge freigeschalten, sag ich jetzt mal. Können wir gleich mal die nächste auch noch aufmachen. Mal gucken, was da dann drin ist. Sita Prime. Was Korrosiv-Schleimkanone. Explosion-giftige Schleimpfütze hinterlässt. Mhm. Mehr Munition. Sehr schön. Fahrzeug-Booster. Das sind natürlich die Teile, wo man dann in den tollen Stationen von vorher ausrüsten kann. Verstärkt die Fahrzeugpanzerung. Okay. Mehr Gesundheit. Gut, das ist klar. Ja. So, das war's mit Bronze. Jetzt haben wir hier noch Eisen. Pling. Der geht ja gezählt. Nochmal. Jetzt hoffe ich auch nicht schlecht. Korrosiv-Schleimkanone-Klammerwaffen-Upgrade. Aha. Duplikat umgewandelt. Fahrzeug-Booster. Okay, alles klar. Also gibt's hier auch Duplikate. Edeka Tech-World. Was mächtigen Elektro-Diffraktionsstrahl, der sich windet und Schadengegnern richtet. Mhm. Wegbereiter. Schwer-Automatik-Pistole. Explodierende Gegner. Nach den Wenigungen für die und andere Gegner Schaden zu. Lol. Okay. Nochmal. Die letzte. Nukleonengewehr. Ah, sehr schön. Scharfschütz-Ladungsgewehr. Ja, genau. Ach ja, das war das Ding. Stimmt, das kenn ich auch noch. A4-Pulsar-Kanone. Langsam ist es aber ein explosives Plasma-Geschoss. Mhm. Optimus Prime. Cool. Thermoraketen-Kanone. Wärmesuchender Raketenwerfer. Okay. Genesen. What? Selbertronische ultimative Reparatur-Energie-Drohne. Ah ja. Genau, das zum Beispiel hier ist dann ein Achievement, was ich mal meinte, was man eigentlich eher zu zweit machen sollte. Äh. Weil es so schneller geht. Ah ja. Gut. Das war das jetzt in dem Fall. Jo. Ich würde meinen, das reicht dann auch erst mal. Weil... Oh shit. Äh. Ne. Moit. Zack. So. Gut. Weil, paar Drophys haben wir ja schon. Kapitel 1 ist durch. Die Story steht so an sich. Zumindest weiß ich jetzt mal hier wo oder wie oder wat. Und überhaupt der Darkspark ist. Ne. Und dass man ja den Lockdown aufhalten sollte. Ähm. Ja. Genau. Kapitel 1 ist durch. Wie man das hier irgendwo... Da. Abgeschlossen leicht. Schilder 6 von 6. Genau. Wie man das hier sieht. Äh. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit Soundwave. In dem Fall. Und 3 Audio Logs einsammeln. Und ja. Dann schauen wir halt mal. Was war im Moment? Hack festlegen. Ach. Das war gerade das hier. Okay. Alles klar. Was wir hier eingesammelt haben. Was wir hier eingesammelt haben. Plus EP gibt das ganze Zeug. Steht unten drunter. 125. 75. 75. Ah ja. Okay. Alles klar. Da gibt es auch in dem Fall Sinn. Äh. Ja. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch was. Da haltet ihr euch steif. Servus und ciao.